Da ist er! Das ist der Kerl! Ah, und den Groschen hat er sicher in seinem Sack! Los Mario, auf ihn! Ah, was willst du denn? Sahneklecks! Ah, nicht mal als unschuldiger Räuber hat man seine Ruhe! Ein unschuldiger Räuber, so, so! Oh, und er rennt direkt los! Wir müssen hinterher! Der Diebespfad! Okay, wir testen gleich mal hier! Oh, was haben wir hier? Dein Blumenkonto gilt nicht für einzelne Helden, sondern für die gesamte Gruppe! Okay! Planer also klug, wer mit Spezialtechniken angreifen oder heilen soll! Okay! Wir haben also nur ein Blumenpunkte-Konto! Und da haben wir einen neuen Gegner! Einen Froschhard! Und wir haben 13 Blumenpunkte! Ich würde sagen, ich mache erstmal den kleinen Gumba hier platt! Sehr gut! So, und was können wir mit ihm machen? Greifen wir mal Dorni an, würde ich sagen! Mit einem normalen Angriff einfach mal gucken, was das... Ah, verpasst! Okay, hier haben wir abgewehrt! 12! Okay, 12 ist verdammt viel! Ich würde sagen, wir greifen Dorni an! Okay, und was kann der denn hier? Blitzgewitter und Gedankenleser! Erfahre, wie viel KP dein Gegner hat! Drücke A... Ah! Oh, wir machen mal Blitzgewitter! Anblick! Oh nein! Mellow! Ähm, die Frage ist... Ist er jetzt für immer weg? 60! Oh, er lebt wieder! Okay, er lebt wieder! Aufstieg in 15! Okay, das ist schon mal gut zu wissen! Das heißt, wir können hier... ...geben Mellow hier einen Pilz! Okay, aber... ...er ist hier unten lang gelaufen! ...unser Dieb! Okay! Bam! Okay, hier auch! Ah, da muss ich früher drücken, glaube ich! Angriff erhöht! Okay, hier habe ich nicht richtig aufgepasst! Aber das geht schon ziemlich gut hier! Zwei Erfahrungspunkte allerdings nur! Hier ist ein Speicherpunkt! Ah, den hinteren kann ich gar nicht angreifen! Ich muss die vorderen angreifen! Oh doch, den hinteren! Ich dachte gerade, das geht nicht! Okay! So, wir probieren mal Blitzgewitter auf alle aus! Wow! Okay, das ist eine ziemlich geile Technik! Okay, speichern müssen wir, glaube ich, nicht! Wo geht's hier lang? Da haben wir ihn gefunden! Ah, ihr schon wieder! Gut, dass eure zarten Beinchen nicht zum Springen gut sind! Bis dann, zarten Beinchen! Oh, ich glaube... Oh, ich glaube... Oh, da waren wir Wölfe! Geheimschatz in der Nähe! Bitte nicht! Nicht schon wieder! Das heißt, er ist irgendwo hier! Kann der sein? Ich muss aber nochmal zurückgehen! Ich würde hier gerne mal gucken, ob es hier noch irgendwas gab! Okay, das sieht nicht so aus! Okay, dann gehen wir weiter! Es muss doch noch irgendeinen Hinweis geben, wie man diese Schätze finden kann! Okay! Blume! Hier oben! Irgendwo hier oben! Vielleicht auf dem Hügel! Geheimschatz! Fies! Oh! Okay! Drei Gegner! Attacke! Okay, der war einfach! Ich probiere nochmal! Ein Blitzgewitter! Unfällig! Okay! Er nimmt halt super viel Damage! Und wir haben nicht gut verteidigt! So, ich muss vielleicht mal gucken, ob ich unserem Mellow noch irgendwas anziehen kann! Ausrüstung! Moment! So! Kleider! Nichts! Accessoire! Den Ring! Okay, der kann nichts anziehen! Schlecht! Und wir sind schon wieder ein Gegner reingerannt! Okay! Angriff! Sehr gut! Verdammt! Okay, einmal haben wir verteidigt! Okay, wir sind nochmal dran! Sehr gut! So! Oh, wir haben einen Waltenaufstieg! Das ist eine Münze! Ah ne, die ist hier oben! Verdammt! Okay! Wir gehen wieder hier auf Blitzgewitter! Verdammt! Nicht gut verteidigt! Sehr gut! Das haben wir geblockt! Okay! KP voll! Ah! Nicht rechtzeitig geblockt wieder! Okay! Okay, Aufstieg! Sehr gut! Mellow ist nur auf Level 3! KP-Ringer lernt! Sehr gut! Ähm... Ich überlege gerade... Mellow hat auf jeden Fall Magie! Kriegt aber hier Magiestärke und Magieschutz! Vielleicht noch mehr Leben oder... Wobei ich glaube, eine bessere Abwehr ist hier auch... Richtig gut! So! Ich wollte zu dieser Münze springen! Okay, manchmal begegnet es zu einem Monster, die stärker sind als andere! Gelingt es dir einen Feind zu besiegen? Er ist extra viele Münzen! Okay! Und sogar Froschko... Oh, ich hab mich aufgefasst! Bam! Okay, hier müssen wir, glaube ich, Blitzgewitter machen! Auf alle! Sehr gut! Eine Froschmünze haben wir, glaube ich, gerade bekommen! Froschgroschen! Was können wir damit machen? Ich hätte gerne die... Münze hier oben! Ah! Okay, so geht es auch! Hier vielleicht? Geheimschatz in der Nähe! Das kann halt auch wieder hier überall sein! Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein, wo diese Schätze sind! Wie hier wären wir sonst nicht langgekommen! Gibt es hier nicht irgendwas, wo man vielleicht sehen kann? Also... Ich verstehe das noch nicht so ganz mit dem... Wir wissen zwar, dass hier was ist, aber... Wir können ja hier nicht die ganze Zeit das Zeug abhüpfen! Okay, wir gehen erst mal weiter! Ich hüpfe hier trotzdem nochmal! Irgendwo... Ich meine, vielleicht haben wir ja irgendwie durch Zufall mal den richtigen Moment! Aber da können wir ja sonst ewig mit verbringen! Okay, weiter geht's! Ha! Da sind wir wieder! Ah! Wie oft denn noch? Macht euch keine Hoffnung! Mich kriegt ihr Schleichgebrüder nie! Okay! Wir Schleichgebrüder! Ah, Überraschungsangriff! Sehr gut! Oh, starker Feind! Das mit einem Extra-Level ist schon richtig gut, dass wir auf Verteidigung gegangen sind! Sehr gut! Zwei Erfahrungspunkte! Mario ist auch gleich Level Up wieder! Die Frage ist, wenn wir gegen ihn kämpfen müssen vielleicht gleich, ob wir dann lieber noch ein Level Up machen sollten! Er rennt ja auf jeden Fall noch weg! Wir haben bestimmt hier noch ein paar Gegner! So! Okay, einen Schaden können wir schon einstecken! So! Wieder zwei Erfahrungen! Da hinten ist er! Oh, was ist das hier? Ist der größer? Okay, ne! Ist nicht größer, ist normal! Sehr nice! Und abgewährt! So, und hier, Attacke! Das mit dem Angreifen klappt schon ziemlich gut! Die drei Erfahrungswerte! Und ein Pilzarmot bekommen! Ein Gegner bräuchte mir noch, dann wäre Mario Level Up! Okay, er rennt weg! Oh ja, hier! Der Wolf! Extra-Zug! Oh nice! Oh, sehr nice! Und wir haben das auch erfolgreich abgewährt! Das gefällt mir sehr gut! So, Mario muss Level Up sein! Neuer Level! Sehr geil! Mario ist auf Level 4! So, 35 Leben! Angriff steigt um 3! Abwehr steigt auch um 3! Und wir machen nochmal noch mehr Angriff und noch mehr Abwehr! Und wir haben noch einen Pilz bekommen! Sehr schön! So, ich denke mal, jetzt hat er auf jeden Fall nichts zu lachen! Ich hebe mal die Ultimate, die wir haben, auf! Und einmal verteidigen jetzt! Sehr gut! Oh, wir haben 15er-Kombo! Oh, stackt der Kombo eigentlich über mehrere Kämpfe? Das habe ich jetzt gar nicht... Weil, wie kommen wir denn auf einen 15er-Kombo? Hinterher auf jeden Fall! Okay! Werdet ihr bezahlt fürs Nerven? Dabei hätte ich mir die Tru da zu gern unter die Kralle gewissen! Hm! Na ja! Achso! Ah! Okay, wir haben die Truhe bekommen! Äh, was ist das hier? Wir haben einen Stern bekommen! Oh, da ist noch eine Truhe! Okay, also gibt es auch einen Stern, aber ich glaube, wir haben keine Erfahrung bekommen davon! Das ist aber auch cool! Oh! So! Wobei, kommen wir schon ran, oder? Ich habe nicht gesehen, was das war! Das war schon alles hier? Ah, einen Wolf nehme ich noch mit! Attacke! Bam! Und hier auch nochmal! Voll auf die Neune! Ach, verdammt! Okay, abgewehrt! Da war gar kein Ausrufezeichen mehr! Müssen wir das etwa jetzt selber können? Okay, abgewehrt! Sehr schön! Vier Erfahrungspunkte! Oh! Mellow ist auch fast Level Up! Und das geht ja echt gut hier! Haha! Verteidigt! Haha! Verteidigt! Sehr gut! So! KP voll! Das weiß ich noch nicht, wie ich das genau verteidigen soll! Wenn der da so spuckt! So! Okay, einen Gegner brauchen wir noch! Ist keiner mehr! Ja, da sind wir wieder! Ah, lässt einfach nicht locker, das Pack! Ah, und obendrein ist dort vorne noch eine Sackgasse! Ah, ich weiß! Ich verstecke mich! Okay, er versteckt sich! Oh, wie gemein! Er hat sich irgendwo verkrochen! Hör mal, Mario! Wenn wir ihn finden, dann versuchen wir am besten, uns irgendwie von hinten an den Rand zu schleichen! Okay! Noch ein Pilz! Wir haben jetzt erstmal hier noch ein Level Up! Oh, wir nehmen den kleinen Pilz! So! Okay, er hat Angriff! Angriff erhöht, sehr gut! Abgewehrt! 10er-Kombo! Sehr gut! So! Level Up bei Mellow! Der nimmt halt schon relativ viel Schaden! Oh, die Abwehr ging aber gerade um 3 hoch! Ich überlege gerade, die Magiestärke zu pushen! Wenn wir vielleicht gegen eine Gruppe antreten! Oder einfach mal das Leben! Leben um 6 Punkte, das hat auch richtig viel! Okay, wir nehmen mal mehr Leben bei ihm! So! Da ist er! Ha! Wollt mich schnappen, wie? Aber nicht mit mir! Ah, okay, das meint er von hinten! Da! Ah, verdammt! Ja, von hinten! Das dürft klappen! Hab ich dich! Ah, ihr seid schon ganz schön hell, ihr zwei! Aber ich bin heller! In dem Tempo, da braucht ihr 100 Jahre, bis ihr mich schnappt! Naja, wenn wir nicht nochmal! Ah, ganz schön schnell, ihr zwei! Aber ich bin schneller! In dem Tempo braucht ihr 50 Jahre! Oh, es wird weniger! Ha! Dann gehen wir hier oben rum! Ham dich! Ah, aber nicht mit mir! Okay, hier gehen wir wieder hinten rum! Was? Er hat sich rumgedreht! Ha! Haben wir dich nochmal! Wie oft müssen wir den noch fangen? Andersrum! Nein! Verdammt! Und dann sieht ihn immer zu sch- Okay, andersrum! Jawohl! Hab dich! Ah, ganz schön sensationell, ihr zwei! Aber ich bin sensationeller! In dem Tempo braucht ihr noch... Ha! Und jetzt? Oh, ist gut, ist gut! Ich geb mich geschlagen! Ah, ihr kriegt ihn wieder, euren Groschen! Ah, ich hol ihn rasch aus meinem Säcklein raus! In Ordnung! Wird gar nicht lange dauern! Jetzt dann mal her mit dem Groschen! Oh, na sowas! Ich hab ja was ganz anderes für euch gefunden! Ah, und zwar... Backpfeifen! Ah, okay! Na, dann komm mal her hier! Ich glaube, da können wir ganz normal angreifen! Bam! Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie viel Leben er hat! Ich mach mal diesen Gedankenleser bei Kroko! 293! Okay! Anfällig für Feuer! Oh, wir können doch einen Feuerball machen, glaube ich! 15! Moment! Feuerball! Ah, wir haben den Schwanz verbrannt! Wie cool ist das denn? Attacke! Okay! Daneben! Wir machen echt nicht viel Damage! Okay, wir haben gut geblockt! Ich überleg' grad, ähm... Wir könnten jetzt eigentlich... Hilfe von Toad! Okay, was kriegen wir? Irgendwas gelbes in Blumen! Blumenessenz! Angriff erhöht! Oh, 8 Damage! 17! Oh, der ist echt schwierig! KP-Regen! Okay, wir können uns heilen! Vielleicht muss ich den echt so nutzen! Okay, damit sind wir voll! Und wir haben geblockt! Sehr gut! Okay, wir greifen nochmal an! Oh, er holt das aus dem... Ne Bombe! Er hat ne Bombe auf uns geworfen! Okay, das haben wir wieder erfolgreich geblockt! Okay, Bombe geblockt! Das war richtig wichtig, glaub' ich! Daneben! Der Pilz! Er hat sich um 60 einfach geheilt! Okay, Moment! Ähm, Feuerball! Okay, da haben wir das mit den 60 wieder weg! Bam! 36! 12! Okay, 9! Ich glaub' wir müssen Mario mal heilen! Oh! Du dumme Schuppennase! Gib sofort den Groschen her! Ah, da ist der Groschen! Oh, Frechheit! Oh, das zahl ich dir heim! Du niederlicher! Behalte doch euren blöden Groschen! Ich mach mich davon! Arrivederci! Ihr Armleuchter! Ha! Hurra! Wir haben ihn! Sehr schön! Acht Erfahrungsbegaben haben wir bekommen! Aufstieg in 12 für Mario! Blumenkapsel bekommen! Ah, endlich haben wir Opas Groschen wieder! Ah, ich bin ja so froh! Danke Mario! Endlich kann ich meine Besorgung erledigen! Ach, Nanu! Schau doch mal! Der Kogoschuffter hat doch noch glatt einen Geldbeutel liegen lassen! Oh, Geldbeutel gefunden! Ah, ich muss jetzt dringend zurück zum Geschäft! Vor dem Palast! Kommst du mit? Wir können hier deine neue Weltkarte einsetzen! Damit reisen wir blitzschnell zum Pilzpalast! Ja, wir können die neue Weltkarte einsetzen! Das ist eigentlich eine gute Idee! So, Weltkarte! Pilzpalast! Dann geht's auf zum Pilzpalast! Yep! Einmal besuchen! Dann geht's auf zum Pilzpalast!